Ich bin Nico Baumann, habe hier gelandt, acht Jahre bin ich jetzt in dem Betrieb drin, seit vier Jahren bin ich in der Feldarbeit drin und diesmal habe ich den neuen 8R bekommen. Wir haben ca. 400 melkende Kühe und 1.300 Hektar Ackerland und ca. 400 Hektar Kühnland. Ich bin der Aron Kummer, ich bin seit 2015 hier auf dem Betrieb, also den 8R E-Auto Power setzen wir hauptsächlich für die schwere Bodenverarbeitung ein und auch für die leichte Bodenverarbeitung zum Saatbett vorbereiten, Stapelsturz und solche Arbeiten. Aber wir haben uns speziell für diesen Schlepper entschieden, da der eine sehr gute Traktion hat. Das E-Auto-Bauer-Getriebe bringt meiner Meinung nach die Leistung besser auf den Boden, wie so ein herkömmliches stufenloses Getriebe. Also da muss ich auf alle Fälle sagen, der früher normale, also das stufenlose, war bedeutend lauter vom Getriebe her, wo da ja hier gar nichts wird. Viel direkter auf dem Gas her und so, alles viel flüssiger. Also hier hat sie die ganzen Felder mit den ganzen Feldgrenzen, das geht einwandfrei, nicht hier bei den GPS. Also vom Computer als Datei geschickt nach Werkstatt, dann haben sie sich alles herauf gespielt, dann habe ich alles gehabt mit einmal. Finde ich auch sehr gut. Das ganze GPS hier selbst erklärt, einfach aufgebaut, Schritt für Schritt kommt da alles nachher erklärt. Da bin ich sehr zufrieden. Ein weiterer Vorteil ist persönlich für mich das einfach erklärte Lenkssystem. Also mir gefällt der lange Rohrstand an dem Traktor, auch optisch die Haube und die Lampen vorne. Von der Kabine her, der Platz ist ja Wahnsinn. Da sind ganze Sätze, Drehkasten nach hinten. Viel spannender, wenn du dann nicht hier eine Kopflika drehen musst. Also der Fahrkomfort ist eigentlich, wie wenn man vom Sofa aus arbeiten würde. Man merkt dann ab und wenn man aussteigt, eigentlich nicht, dass man den ganzen Tag da drauf gefahren ist. Also Händlerservice ist eigentlich hier sehr gut, schnell und zuverlässig. Wenn man aussteigt, sind du auf alle Fälle würde ich den Mal drauf empfehlen. Hallo! Bis zum nächsten Mal.